Musik Ich freue mich sehr, dass ich im Namen der Behörde für Schule und Berufsbildung an dem heutigen Jubiläum hier sein darf und auch im Namen von Herrn Senator Rabe einen sehr, sehr herzlichen Glückwunsch überbringen darf zum 20-jährigen Jubiläum. Musik Ihr werdet geführt, getragen, gehalten und auch losgelassen und lernt so, euer Leben zu meistern und euren eigenen, ganz speziellen Weg durch das Leben zu gehen. Musik Applaus Das ist ein großer Erfolg, viele Menschen, schönes Wetter, gute Stimmung. Es ist einfach ein gelungenes Fest. Der Reiz ist, dass sich die ganze Schuhgemeinschaft so einfach frei begegnen kann. Es ist ein sozialer Begegnungsort für Eltern, Schüler und Lehrer. Das ist ein sozialer Begegnungsort. Ganz reich beglückt fühle ich mich einfach, weil jetzt so viele Menschen von früher zusammengekommen sind. Ehemalige Lehrer, viele ehemalige Schüler, ehemalige Eltern auch. Musik 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 Vielen Dank.